So viele tolle Reisezahlen. 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 Hey, falsch. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auch... Es gibt so viele tolle Reiseziele zu entdecken. Orte voller... ...der Minikarte markiert ist. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020